Mein Name ist Matthias, wird oft gesagt, das ist ein typisch deutscher Name, wie kann das denn sein? Sieht doch eher aus wie ein Murat. Ich finde das gerade schön, weil ich zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bin, mir beides aussuchen zu können. Die Gastfreundschaft, das Teilen, ganz viel aus meiner aramisch-assyrischen Kultur. Wenn es ums Arbeiten geht, dann bin ich komplett deutsch. Disziplin, Pünktlichkeit und sein Wort halten, also das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich könnte einen solchen ganzen Satz sagen oder so? Bitte lasst euch nicht davon entmutigen, wenn ihr nicht wisst, bin ich das eine komplett oder das andere, sondern sucht euch das Beste aus beiden Welten raus. Wie ein Bayer auch ein Deutscher ist, kann ich ja auch sagen, dass ich Schwabe bin, Aramäer, Assyrer und auch Deutscher.